Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen jetzt mal hier direkt in den Item Shop rein von heute. Da haben wir eine neue Musik und eine neue Lackierung. Ja, cool. So, wir schauen als allererstes mal hier vorne rein. Da haben wir unseren weiblichen Rambo-Verschnitt. Die Patronella für 1200 V-Bucks mit dem Patronengurt und der Patronenhalskette. Schnuckelchen. Sieht echt cool aus, das Teil. Und die Patronella ist das hier. Gucken wir mal ganz kurz da. Moment. Hier. So sind eure Bewertungen momentan. 3,92 von 5 bei 26 Votes. Am 10. März 2019 das erste Mal drin gewesen. So. Dann haben wir die Machete. Finde ich eigentlich ganz witzig, das Teil. So, Machete kriegt von mir auch 7 von 10. Gucken wir mal, was hat denn die Machete. 3,7 von 5 bei 10 Votes. So. Nächstes Teil. Für 500 V-Bucks die Machete. Dann haben wir für 1200 V-Bucks den Heli. Und der ist natürlich schon ein heißes Teil, muss ich sagen. Kriegt von mir 9 von 10 der Heli. Das ist der Chopper. Gucken wir mal, was hat denn der Chopper. Wow. 3,83 von 5 bei 12 Votes. So. Für 1200 V-Bucks der Chopper. Dann sind wir hier mit dem ersten Package durch. Dann geht's weiter hier. Mega geil. Der Schneefuß. 10 von 10 von mir für den Schneefuß. Schneefuß für 1500 V-Bucks. So. Wo ist er denn, der Schneefuß? Der ist NoFoot. So heißt er hier nämlich. Und der haben wir momentan 3. Was ist das? 3,9 von 5 bei 31 Votes. Am 4. Januar 2019 das erste Mal drin gewesen. So. Dann geht's weiter. Dann haben wir den Schneeschlag. Schneeschlag kriegt von mir 9 von 10. Das ist der Snowstrike. Und der Snowstrike hat hier derzeit 3,59 von 5 bei 17 Votes. So. Viermal im Shop ist jetzt gewesen. Dann haben wir die Inverted Blade. Die sieht eigentlich relativ nice aus, das Ding. Das Ding kriegt von mir 7 von 10. Inverted Blade. Da haben wir momentan 4,13 von 5 bei 15 Votes am 4. Januar. Ja klar. Mit den anderen Sachen das erste Mal drin gewesen. Dann haben wir den Schneeschnitt. Wie viel hat das jetzt? Kostet 500 V-Bucks. Dann haben wir den Schneeschnitt für 800 V-Bucks. Sieht aus wie so ein fliegendes kleines Batmobile. Oh, guck mal. Der Effekt da hinten ist mega nice. Sieht richtig cool aus, das Ding. Wow. Schneeschnitt kriegt von mir 9 von 10. Das ist der Snowblades. Snowblades 9 von 10. Hier haben wir 4,2 von 5 bei 10 Votes am 8. Februar auch das erste Mal drin gewesen. So. Dann sind wir hier mit soweit durch, oder? Jawohl. Jetzt geht's weiter. Hier haben wir Magma wieder, die Lackierung. Kriegt von mir 9 von 10. Sieht richtig cool aus, das Teil. Magma habe ich dem Herrn sofort in dem Video gestern gekauft. So. Und dann... Also geschenkt. Dann haben wir hier Magma 4,13 von 5 bei 23 Votes. Am 29. März 2019 das erste Mal drin gewesen. Schon 157. Wir meinen, dass das Teil ist. Einfach nur cool und daher sofort einfach nur mega happy. Dann machen wir hier weiter mit dem Cloaked Star. Und der Cloaked Star ist ein cooles Teil. Kriegt von mir 7 von... 8 von 7 von 10 der Cloaked Star. 7 von 10. Hier haben wir momentan 3,83 von 5 bei 59 Votes. 108 Spielmeiners am 24. September 2018 das erste Mal am Start gewesen. Der Cloaked Star. Dann... Wir machen... Wir gehen jetzt erstmal weiter zu den Eiszapfen. Nochmal Icicle. 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 Oh, das sieht aber... Mit dem Glitzer-Effekt ist eigentlich ganz cool. Sehe ich jetzt eigentlich auch das erste Mal, wenn ich jetzt die Effekte mal auf episch gestellt habe. Ui. Ui. Okay. Ja, gut. Okay. Okay. Ich verstehe inzwischen, warum so viele Leute das Ding so gerne mögen. Icicle. Alles klar. Hab jetzt immer schlechte Noten von mir bekommen. Kriegt von mir jetzt auch 7 von 10. So, da hätten wir hier 4,45 von 5 bei 33 Votes. Am 14. Dezember 2018 das erste Mal am Start gewesen. Icicle für 500 V-Bucks. Dann haben wir die Fitnessrunde. 7 von 10 von mir für die Fitnessrunde. Ähm, das ist Work It Out. Und da haben wir hier momentan 3,74 von 5 bei 23 Votes. Am 13. August 2018 das erste Mal drin gewesen. Für 500 V-Bucks. Fitnessrunde. Dann war das Nachtlicht. Ja. Neon. 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 Knallig. Farbig. Jo. Neon. Und da sage ich dazu, ähm, ja. 6 von 10 für das Nachtlicht. Nightlight. Und da haben wir hier momentan 3,75 von 5 bei 43 Votes. Am 4. Mai 2018 das erste Mal drin gewesen. 17 Mal schon am Start. Das Teil hier für 800 V-Bucks. So, dann kommen wir zum digitalen Grau. Ist heute neu drin. Stelle deinen Stil zur Schau. Teil des Tropen. Truppe. Sets für 300 V-Bucks. Oh. Das sind wieder, das sind wieder Lackierungen. Die gefallen. Oh. Die gefallen mir. Die gefallen mir. Oh. Das finde ich sieht richtig, oh. Das sieht richtig nice aus. Mega, mega cool. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Ei. Mega geile Lackierung finde ich. 9 von 10 für das digitale Grau. Und da haben wir momentan eine ganz schlechte Note aktuell. So. Da sind wir hier bei 2 von 5 bei einem Vote. Am 15. April. Klar, heute ist das erste Mal drin. So, jo, und dann kommen wir zu dem heutigen neuen, ja, Jingle, Sound, zu der Musik, Marathon. Ihr könnt euch schon etwas vorstellen, das sieht man schon anhand der Figur, was da für eine Musik rauskommt. Wir hören uns das jetzt einfach mal an und ich halte jetzt einfach mal die Klappe. So, also, machen wir das mal auf laut. 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 Bis zum nächsten Mal. So, da glaube ich, ist der Loop jetzt auch schon vorbei, so wie sich das angehört hat. Ja, ich finde den Marathon wirklich richtig, richtig cool, muss ich sagen. Und der kriegt von mir 9 von 10. Schau mal, wie sind denn die Noten momentan für den Marathon? Oh, okay, ein Vote aktuell, aber dafür gewaltig 5 von 5 bei einem Vote eben. Jo, und jetzt schon 3 Reminders. Mega cool. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in den Kommentaren ab und nicht den Kanal. Und ich lasse es jetzt mal wieder an, wenn es wieder heißt Fortnite mit mir, dem Händler. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.